Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Wolfenstein 2 im New Country Sass. Und wir sind hier in Manhattan und müssen das Wrack verlassen. Wo geht's denn hier lang? Hier durch. Habe ich ein Dings dabei? Nein. Aber wir müssen erstmal hier gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Hier liegt nämlich zum Beispiel was. Limit erreicht. Okay, das Wrack haben wir verlassen. Manhattan. Hey, Blazco! Gehen Sie durch die ausgebombte Stadt zum State Building. Je schneller, desto besser. Fergus, Ende! Wo ist denn das ein paar? Ist das das da hinten? Das da? Hier lag was. Oh, fuck. Hier sind Signale. Wie lang mäßig, glaub ich, ne? Wie viele Kletterner direkt vor. Vielen Dank. Jetztます! Dann sehen Sie. Okay, Munition aufsammeln, Freunde. Alter, sieht das hier. Ich kann meine Waffe verbessern. Welche kann ich verbessern? Ich weiß es nicht. Zwei Verbesserungskipps. Hier! Also, was habe ich hier? Zielfernrohr. Ja, wäre schon schön. Batterieverbesserung. Wäre auch schon schön, ne? Die ist noch nicht verfügbar. Ah, okay, man hat immer nur... Okay. Ich konnte nicht alle auf einmal aufrüsten. Bisschen schade, aber passt schon. Hier entlang lag da noch Rüstung. Da ist eine Drohne unterwegs. Ich glaube, diese Drohne ist mir nicht gut gesinnt. Alles war noch heiß von der Explosion. Ich öffnete die Luke und trotz der dem atomaren Wind wie General kam der glühend heißen Wüsten. Das ist nicht der Grund. Ich glaube, diese Drohne ist mir nicht gut gesinnt. ass ihn hinein. Ich hole dich. Das war's. Okay, wie komm ich hier noch zu dem, in die Richtung? Gar nicht, oder was? Hier komm ich gar nicht in die Richtung, okay. Lack hier Schutzschild. Oh, blinken Sie, hier vorne. 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 Oh. Oh, blinken Sie, hier vorne. Oh, blinken Sie. Oh, blinken Sie. Oh, blinken Sie. Oh. Oh. Fuck! Fuck, wie soll ich denn den besiegen? Alter Schwede. Der kommt auf einmal aus der Erde geschossen. Ich denke, ich kann nicht mehr. Uiuiui, fortfahren. Uiuiui, fortfahren. Oh, geht doch. So, Enigma-Code auf jeden Fall geknackt. Nice, hier können wir noch kurz uns die Waffe sichern. Muss ich hier rein? Ich weiß es nicht, aber jetzt bin ich einmal dran. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Oh, fuck. Oh! Wie schnell sind die, wie weiß ich hier schon. Uiuiui. Oh! нож... Oh! Okay, alles mitnehmen, Freunde. Das misst viel. Hier ist ein Ausgang, hier kommt man aber nirgendwo hoch. Ist der Ausgang vielleicht doch irgendwo rechts? Kommt man hier irgendwo nach rechts? Hier kommt man nach rechts. Gold hab ich gefunden. Aber kein Ausgang, leider. Der ist verschüttet. Oder bin ich gerade blind und am Ausgang vorbeigelaufen? Was ist das? Dieselgewehr. Okay, Verbindung von Albuquerque-Morden zu nationaler Sicherheit. Hier komm ich nicht durch, schade. Da sieht es nämlich nach dem Ausgang aus, ehrlich gesagt. Was leuchtet da hinten? Warum leuchtet dieses Licht so fucking hell? Muss ich vielleicht mit dem Weg freispringen, irgendwo? Sieht nicht so aus. Ach, hier kann man unten drunter herkriegen. Aber nett, dass der da auf mich wartet und direkt schießt. Ich weiß nicht, was hier kommt, aber die Hälfte wird man wahrscheinlich brauchen. Da vorne ist der Ausgang. Nice. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Erstmal da reinkommen. Oh, muss ich jetzt echt durch den Zug noch rein? Das mitnehmen. Verbesserungskit, Freunde. Was verbessern wir jetzt? Kann man die Handgranate verbessern? Okay. Maschinenpistole. Sollen wir das packen? Machen wir mal das. Ah, hier, 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 Freunde. Ich bin nicht ernsthaft in die falsche Richtung gelaufen. Uiuiui, Freunde. Zug fahren. Oh, Mist, da steht direkt der Nächste. Oh, fuck. Oh, fuck. Was auch immer, wenn wir hier alles mitnehmen. Vielleicht können wir es irgendwann nochmal gebrauchen. Okay, wie kommen wir jetzt hier weg? Ach so, wir haben den Zug doch gerade nach vorne gefahren. Wir müssen dahinter. Hinter den Zug laufen und dann von da weiter. Oder? Ne, da hinten müssen wir hin. Doch, hinter den Zug und dann von da weiter, glaube ich. Guckt hier durch. Wenn da hell fliegt, habe ich immer Angst, dass jetzt als nächstes wer um eine Elke kommt und mich direkt holt. Und dann gucken, ob der Zug hier läuft. Zug starten, Level verlassen. Jawohl. Was passiert hier? Das geht nicht mehr aus, oder was? Oh, fuck. Okay, Freunde. Hier machen wir aber weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, not rein. Ciao. 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 .